Nauske? Danke! Also, wenn es euch wundert, was ich gerade gemacht habe, das ist ein Scherz. Von mir und Robert Lender, genau. Inside Politics, heute am Barcamp. Und wenn ich das so nehmen darf, das ist Robert Lender, seines Zeichens Ich bin ein Blog oder nur ein Blog ist, glaube ich, deine Seite. Genau. Du hast heute gemeinsam mit der Henriette, die gerade hinein gleitet. Henriette, kannst du gleich dazu kommen? Du bist freundlich. Ja, ja, natürlich. Wenn man dich da so... Übrigens, ich sehe, du hast dieselben Tanzschuhe wie ich. Hm? Ja, ja, dieselben Puma Schuhe, ich verwende es zum Tanzen. Lass dich nicht jetzt verlieren. Interview-Taktik. Natürlich ist das eine Interview-Taktik. Wundert es euch nicht, ja, ich lass... Dann muss ich aber die ganze Zeit auf deine Füße schauen. Möchtest du das machen oder auch unsere Füße machen? Möchtest du das jetzt wirklich? Das heißt, wir merchen unsere Körper. Das wird jetzt ein echt interessantes Interview. Willkommen bei On The Grid.